Alter sind die Typen hammer ich weiß ich wollte das mal ein bisschen größer und die kram in den Boden unter Füßen weg Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge Attack of the B Team ja und während der kurzen Pause haben wir außer sehen und solche kleinen Männchen gespawst also die sind nicht gesheatet auf jeden Fall nein und äh bevor ich mich jetzt auch so fähig doch wuch ich wäre auch so fähig ey warte ich lass die Strip meinen Armin ne mit ne Axt ja die können das funktioniert aber nicht hier in der Bude ne ne ich lass die da hinten lang Strip meinen okay irgendwie macht man das nochmal der buddelt sich jetzt da durch ey nein aus pfui pfui da geht es pfui Jun lass auf bende es bende es jetzt fahren das alle ab Junge ich hab gesagt nicht in der Bude ah er hat mir das Holz wieder gegeben Böses Böses das ist der lass die doch mal nach oben gehen und Holz abbauen die können doch noch Holz abbauen nein die können das abbauen ja hab ich gesehen die können das meinst du warte ich mach das mal hier vorne das war nur grad irgendwie so ein Day boah Junge macht das nicht hier das ist da oder was ja ich mach's ein bisschen weiter damit die nicht unsere Wude abreißen ne ich weiß nicht die Bude ab nein naja das sollten die auch echt in Machtgefäck das ist hier machen jetzt fang die an zu arbeiten ich höre auch solche Viecher das ist so geil alter die machen jetzt dann richtig tiefgang und dann nehmen alles mit und bringen das dann hier hoch ja ich kann's mir also auch so ein Stab geben nein drück einfach mal Z und mach ihm die verschiedenen Options die der der kriegst und irgendwann kriegst dann auch so ein Stab ey wie steuert man die irgendwie blick ich da grad nicht zu ich hab so ein Stab du drückst auf Z und dann ähm ähm kannst du halt mach was die machen anzeigen was die brauchen und das kannst dann halt einstellen und so weiter what äh Mimmi ist ihm alles dunkel geworden und ist wieder hell geworden ja wenn du verschiedene Sachen da machst irgendwann kriegst du diesen Stab okay das hab ich eben einfach in der Pause kurz gemacht dann hab ich ich hatte das vergessen gleich wie das ging mit dem Mod dann hab ich einfach diese Viecher gekriegt die brauchen noch eine Treppe noch und voll geil guck mal ich zieh dir das rein oh wie weit die jetzt schon sind was ist das denn aber ey zieh dir mal rein wie weit die schon sind Hitschot äh hört ihr das eigentlich auch ey ich mach was das ja genau so haben wir das auch gekriegt aber ey guck mal wie weit die schon sind Alter aber ne Treppe ist praktisch ja das ist voll geil warte ich mach das echt lass ich lass äh kann man das irgendwie noch fetter machen ja man kann das einstellen warte wenn du jetzt Z drückst und dann Dickmind schärft Dickmind also ja da kannst du einstellen wie groß das sein soll und so weiter das ist einfach fake das ist so man mach mal schön groß ne Alter wie schnell die sind brauchst du nicht vorzugraben das machen die selbe ja jetzt musst du erstmal deine ganzen Dinger spawnen ha 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 ich habe nein was du du freaks nur weg dich wo sind die Viecher hin das machen die selbe ja die Viecher sind in der Wand ich könnte nicht sterben ja trotzdem will die sehen die buddeln dich die kommen da schon selber raus oh Creeper mit Helikopter auf dem Kopf lol ich wollte gerade Redstone an einem von deinen Dingern verticken aber der wollte das nicht nehmen ich lasse meine mal wieder antanzen bring mir mein Zeug shit soll ich kein Fallschirm also wie lässt man diese Dinger nochmal antanzen wie lässt man das jetzt ich habe jetzt dieses Gitternetz das sehe ich hier so warum kriege ich Damage wie kann man das denn bitte bestätigen warte mal kurz ok ähm du hast jetzt gerade dieses Netz ja dann klickst du einfach auf den Boden wenn du links oder rechts klick musst du gucken dann fangen die Dreck du hast so eine Explosion oder sowas auf was hast du denn jetzt gemacht auf welche Option DICK-Mindschaft oder auf was ich bin auf äh DICK gegangen ja mhm und dann äh ja da kannst du einstellen oder make it so ja make it so und danach gehst du nochmal auf Z und dann dreckst du DICK-Mindschaft und dann kannst du hast du das Gitter und dann kannst du das machen mit dem Stab jetzt hab ich das Gitter nicht mehr ok hier kriegt man irgendwie keinen Fallschaden das funktioniert bei mir nicht komisch warum leckt das so scheiße wo sind eigentlich meine Viecher aber weiß man na her warum krieg ich damage wenn ich versuche die zu rufen alter ja ja was her Viecher wo sind meine Viecher wo sind meine Viecher und furcht höchst ich finde ich mag die Typen ich weiß wen die die auflösen können wie umsoomen ja dann haben die gerade alles was die hatten rausgebracht gegeben maa 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 alter sind die Typen hammer ich weiß ich wollte das mal ein bisschen vergrößern wow die graben in den Boden unter den Füßen weg ich weiß warum ist eigentlich diese Spinne die ich die ganze Zeit höre oh ja ok oh alter wie schnell die sind was hast du gemacht sorry oh oh ähm ich glaube der eine da wüsste ich was tut da verpisst sich einer von irgendwem na passt schon ähm jetzt verpissen sich meine hehehe Armin komm auf Ebay ich kann grad nicht auf Ebay gucken ich nehm grad drauf so ein Tag aus so ey du müsstest mal sehen was meine gerade ziehen ich kann jetzt mal meinen oh lol ähm ich gebe euch einen kleinen Tipp wenn ihr versucht rauszugehen dann solltet ihr aufpassen also hier rauszugehen ach du schaust jetzt bauen diese riesen Dings was er meint es vorne mit der Wand das ist ne Ecke davon wetten das haben die anderen nicht wir wetten wir wetten das ist ne richtig geile ähm Vorlage für unsere Base das das könnte man graben lassen von denen hehehe ist so arschlochhaft äh ähm irgendwie haben die unseren es gibt keine Regel darüber also ja da weil man die ja eh nicht töten kann und so hauptsache wir haben die schon ja ähm die zerlegen die Base erstmal also das hier erstmal ein bisschen haben die eigentlich äh haben die können die unendlich tragen nein weiß ich nicht neun ich glaub nicht aber du kannst wenn du mit dem Stab ein Link ein Rechtsklick auf die machst dann geben die dir das Zeug was die bis jetzt haben guck die ich bin jetzt darf Fledermäuse Fledermäuse was Fledermäuse das wäre ne übrig wo sind die Viecher ein bisschen Bade je wo sind die Dinger Arme ich bin nicht ich bin es nicht ach bei mir in dem Mietenschacht war ja klar guck mal gucken ob ich die finde ich bin auch eine Fledermaus ich bin auch eine Fledermaus kann man verbrennen und in meinem Schacht in meinem alten Schacht bei mir lebt es ganz so extrem ich kann mich gar nicht bewegen kann zum Stich ich bin zu dich porten klar aber wie du schlägst dann auf eine Fledermaus ja ich warte ein bisschen ich wollte mal ausschauen wo die sind ne okay jetzt kann ich auch schon drauf fliege einfach durch die Gegend ja mal hey eine Runde stocken wo die sind du bleibst da nicht so ich fall gerade auf dem Boden aber irgendwie ouch ich hab noch einen Dorf gefunden praktisch oh scheiß ein Dreck leckt das bei mir ich hasse diesen armen Ding hey das ist so eine Schmiede da könnte was gutes zu sein nimm mit alter wie groß das ist what the fuck zwei Dias und irgendwie Flippers und um dich rum fliegen übelziehe Fledermäuse brauche ich ihn ich weiß aber irgendwie kann ich gerade gar nichts machen ich eben dachte hier wäre irgendwie einer wegen dem Schissdorf wo wir in die Tür offen zu machen also ich gehe mal so was hier wenn ich es doch schon alles ich mache hier okay Anwendung beenden hier macht man sich und das ist ein Scheißdreck klar jetzt kommen die Geräusche nochmal ne nachdem ich das Spiel beendet habe ich höre die Geräusche sogar immer noch Alter dieser Scheiß haben die hier wo sind die denn 400 Blöcke haben die gesagt ne ja bestimmt einfach nur irgendwie gerade in eine Richtung ich wette sie haben sich übrigens versteckt boah alter das sieht ja im Hammerhaus das ist ja richtig geil für unsere Base wäre halt nur auffällig aber so ist ja eigentlich nicht schlimm ne wir dürfen ja nicht angreifen oder irgendwie grieven ich darf nichts zerstören und so darf man aber man darf darf man eigentlich in die Base reingehen klar also wenn man sich da steht ja nicht wenn man da nichts macht aber ich dann würden wir die töten so gesehen wenn wir bei denen reingehen ja nur als Verteidigung wenn die angreifen das wurde zwar nicht gesagt aber wenn ihr das so verstanden habt dann schon wie macht wie markiert man hier was achso hab's schon alter da sieht der Umhaber aus okay ich hab mir äh ja 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 ich hab's gesehen Leto was ich hab ich hab ihre Base gefunden ich hab ihre Base gefunden ja die haben so ja die haben so also ich bin bei dir Alter die haben schon ein Haus und so so wird jetzt mal mein Hauptsache wir stalken dich als Fledermäuse weißt ey du solltest ein bisschen höher fliegen Armin stalk alter warum so auffällig unaufällig stalken ich höre die ihm auch ach deswegen wusstet ihr das mit dem Minions der ist bei uns vorbei gestalkt als was als keine Ahnung du sagst du aber es ist nicht so ich kann eigentlich, als es da kann erstossen wird Ey ich bin direkt hinter Alter 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 mach ein Schössermann der ist da durch die Tür gehören Nein Ich wollte schon sagen, jetzt ist Kacken. Alter, starte doch mal. Ich höre immer noch die Geräusche, als wäre ich drin im Spiel, aber... Ey, die haben sogar schon ein Feld und so. Sto-Roc, Sto-Roc, Sto-Roc. Hörst du direkt so neben dem? Stimmt, wir sollten auch ein Feld haben. Komm, ich komme mal wieder zurück. Ja. Wir sollten euch unsere Base bauen. Boah, ich darf jetzt echt nichts mehr töten. Weil es einfach nur Hammer ist. Ich weiß, ich auch nicht. Alter, die bauen hier immer noch. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das hier ist die... Oh, scheiße, da ist ein Creeper hinterher. War der Creeper? War ich ja schon. Ja, ist so, Creeper waren wir schon. Aber du kannst auch zu einem Vogel werden, Armin. Es gibt auch Vögel. Lol. Also notfalls könntest du, wenn du was tötest, auch mal zu einem Vogel werden. Nein, dann töt ich lieber alles andere erstmal und dann werde ich zum Vogel. Ich bin schade, dass man Minions nicht töten kann. Hörende sind das Minion rum. Da könnte man sich bei den anderen übelst unerfähig reinsteigen. Ach du Scheiße, mir immer das war. Ähm, ich hol mir mal... Oh, meins ist auch übelst voll. Unsere Base ist einfach nur verwirrend, gerade. Finde ich. Bist du die Fledermaus? Ja, ich bin die Fledermaus. Ja, Fledermäuse sind keine Gefahr. Dabei habe ich nicht so schnell drauf, keine Panik. Aber ansonsten in der Mannschaft haust die immer alle kaputt. Ja, wenn es irgendwie nach Mob aussieht, das gefährlich ist, direkt draufhauen. Direkt, so was ich bin. Zombies, Creeper, Endermans. Fledermäuse. Also kein Fahrschadenschild eigentlich. Ja. Ich würde mal sagen, das wird eine etwas größere Mine. Aber passt schon. Ich bin auch so ein offensichtliches Haus. Okay. Wo bauen wir denn? Keine Ahnung. Ich bin mir ganz hier Holz. Tja. Tu das. Bin ich eigentlich offline im Minecraft? Äh, so da drin. Nein, du bist on. Hä? Ich habe die Anwendung aber beendet. Trotzdem, du bist on. Haben die jetzt nicht geschafft, das zu erwähnen, du bist immer noch on. Vor allem, ich höre sogar die Sounds. Amd ist scheiße. Könnte ich mich mal kurz kicken? Klar. Denken die anderen jetzt bestimmt nur so, äh, asiii. Ja. Ich höre die Fledermäuse immer noch. Hammer, geil. Alter, was ist denn das für ein Baum? Da hört der eigentlich auf. Alter. Die Minions haben sich wieder an die Oberfläche gegraben, so ein bisschen. Also, wenn da jemand reinfällt, der verreckt, wenn der nicht fliegen kann. Hä, hä, hä. Ich weiß, das ist jetzt direkt so eine riesige Falle, die wir nicht mehr irgendwie selber gemacht haben. Minions! Das ist praktisch, wie hier. Der scheiß Baum, der ist kleiner. Boah, kranker Scheiß, was wir jetzt da sind. Und dafür muss man nicht mal was tun. Das ist so geil. Wenigstens höchst du die Geräusche nicht mehr. Macht weiter! Geht doch. Ey, das ist wie so kleine Sklaven, Alter. Sklavenarbeit. Äh, warum sind da zwei Creeper unter mir? Wow, 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 böse Creeper! Tod. Nein, ich bin hochgeflogen. Ach, stimmt, vielleicht nur ein Spawnpoint, wäre auch praktisch. Weiter. Äh, okay. Alter, war das ein fetter Baum? Ey, die machen einen auf ungehorsam. Dann kille ich die Viecher mal kurz. Oh, ich glaube, sie fangen wieder an. Oder? Ach, weg damit. Oh, ich glaube, sie fangen wieder an. Bring die Creeper drum. So kann man die nicht überreden, scheiße. Scheiße. Okay, ich hab die... Boah, bei mir startet das nicht mehr, ob das ist ein Kack. Ja, der AMD. AMD. Und der ist dann mal bei 0% Possession. also Processing Version, und dann kommt nichts mehr. Ich fang schnell an, die neue Base auszuhöhlen. Ich hab's doch in diesen Lava-Berg gemacht, hier geht's eigentlich. Hm, fuck. Jetzt ist mein Meta wieder voll. Kannst du reinsteigen, am Ende in 30 Sekunden. Hm, ich verpasse auch noch das Ende raus. So gesehen, bist du dabei. Aber nicht in-game, ich wollte noch eine Fledermausen werden. Das Teil ist noch da, Reto. Mit den ganzen Fledermausen drin, ne? Ich weiß, ich war da auch noch so drin, aber irgendwie... ... sind sie gar nix mehr. Oh, ich weiß, ich versuch grad Sachen in so ne Crafting Bench zu lagern. Oh, schlau. Das ist ein Esel, das ist ein CD-Lose mit ner Dubstep-Gun. Echt jetzt? Dubstep? Ey, der zieht Zeug aus unserer Base ab. Und der ballert hier rum. Wie jetzt jetzt die Zeug aus unserer Base? Ja, okay, ähm, Leute, da sind Sachen, die hier rumliegen. Mit ner... Und da ist so ein Esel, so ein Elekonion. Armin TP, ich mach's mir. Ah klar, fuck. Fuck, und bei mir startet's nicht. Das meine ich, ja, ich verpasse alles. Ja... Ey, der hat ne Dubstep-Gun. Alter, der stört. So, der Ben will jetzt die Folge. Dann wirst du mir erst mal... ... wenn damit wieder nerft! Nein, ich mach's, Ben die wieder. Ich hab am PC aufgehangen, äh, aufgehangen. Beendest du? Ja. Wenn wir wieder Jack of B Team spielen, Alter, da kam mir so ein David dazwischen. Okay, tschon, Leute. Tschö. Tschö.